Netzwerk Norddeutschland, Sylvia Karasch. Wir sprechen heute mit Uwe Blank, unserem Ansprechpartner von Bündnis 90 Die Grünen. Spätestens seit dem Wahlkampf zur Landtagswahl 2017 hier im Wahlkreis 51 Neuwulmsdorf, Rosengarten und Seevetal unser Ansprechpartner. Aber natürlich auch weit über die Landtagswahl hinaus, denn Uwe Blank ist ja nicht verschwunden aus der Politik. Auch wenn die Grünen es nicht direkt in den Landtag geschafft haben, zumindest nur in die Opposition, wie es jetzt aussieht. Aber das heißt ja nichts, dass bei den Grünen nichts passiert. Hier bei uns passiert eine ganze Menge. Wie viele von Ihnen wissen, kommt immer wieder das Thema auf Pflege und Rente. Wir bekommen immer schrecklichere Nachrichten in Bezug auf die Pflegeheime, auf den Pflegezustand, auf den Pflegenotstand, auf das ganze Ärzte- und Gesundheitssystem hier letztlich. Und auch was unsere Rentner und unsere Renten betrifft, gibt es ganz viele schreckliche Dinge, was dazu führt, dass wir Bürger hier in Norddeutschland sagen, wir brauchen unbedingt Ansprechpartner in der Politik, die all diese Dinge mal für uns regeln, dass diese Menschen Hilfe bekommen und zwar schnellstmöglich Hilfe bekommen. Und da haben wir jetzt auch den Uwe Blank mal gefragt, oder wir fragen ihn gleich jetzt, was planen da die Grünen? Denn es ist ja wichtig, dass jede Partei sich Gedanken macht, wie es in diesen Bereichen mal aussehen soll. Und es ist wichtig für die Menschen zu wissen, an wen sie sich wenden können. Uwe Blank, herzlich willkommen im Studio Süd vom Netzwerk Norddeutschland. Schön, dass du wieder Zeit hattest, dich auch zu diesem Thema nochmal zu uns zu begeben und kurz mit uns drüber zu sprechen. Du hattest in einem unserer letzten Gespräche ein Stichwort gebracht. Dieses Stichwort heißt Grüne Alte. Und das brachte mich sofort auf die Idee, als ich jetzt immer verstärkt von anderen Menschen, Mitbürgern, Bürgern oder auch Leuten, die ich gar nicht kenne, die mich anschreiben hörte, was es für katastrophale Zustände gibt im Bereich Pflege, im Bereich Rente, im Bereich Altersarmut und so weiter und so fort. Das hat doch bestimmt eine Verbindung. Grüne Alte und all diese Probleme. Auf jeden Fall. Also die Grünen sind ja eher bekannt für sehr viele junge Menschen. Wir haben eine grüne Jugend. Wir haben viele Angebote und Programme und Lösungen für junge Menschen. Da unterscheiden wir uns ja sehr von vielen etablierten Parteien oder von den anderen Parteien. Aber wir haben auch, und das wissen im Moment noch viel zu wenige, wir haben auch eine Organisation, die nennt sich Grüne Alte. Und die gibt es leider noch nicht in jedem Bundesland. Unter anderem in Hamburg gibt es die zum Beispiel. Es gibt eine Bundesorganisation und die Grünen Alten, dort sind in erster Linie die drin, die Mitglieder, die wir haben, die über 60 sind. Die kümmern sich sehr stark um diese Fragen für die älteren Menschen. Du hast es ja angesprochen, das wird immer dringender, diese Thematiken. Ich selber weiß es auch von meinen eigenen Eltern. Da sind ja viele Fragen, die sich stellen. Es gibt viele Menschen, die in Altersarmut leben. Es gibt viele Menschen, die natürlich dann auch jegliche Art Unterstützung brauchen, wenn sie nicht mehr mobil sind. Heutzutage sind die Familien auseinandergerissen, weil die Kinder häufig ganz woanders arbeiten und leben und können sich um ihre Eltern nicht mehr kümmern. Und all diese ganzen Themen und Fragen, darum kümmern wir uns auch sehr stark. Wir haben natürlich schon immer auch dort entsprechende Angebote und Antworten in unseren Wahlprogrammen. Aber du sagtest eben, die Grünen Alten gibt es in verschiedenen Bundesländern, aber hier bei uns in der Region noch nicht. Im Moment gibt es sie in Niedersachsen noch nicht. Es ist aber eine Sache oder ein Projekt, was ich mir selber auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Ich bin mit 56 zwar noch nicht ganz da, aber man muss ja auch an die eigene Zukunft denken und an die Perspektive. Und wir sind im Moment mit einem kleineren Kreis dabei, die entsprechenden Strukturen vorzubereiten, dass wir also auch dann eine entsprechende Organisation hier Grüne Alte Niedersachsen gründen. Die dann auch zuständig wäre hier für Neuwulmsdorf oder eben auch für gesamt Norddeutschland, kann man das so sagen? Hier auf jeden Fall, die natürlich auch eng verzahnt wäre dann mit dem Bundesverband in dem Bereich. Aber wo wir natürlich auch noch gerne Mitglieder dazu hätten oder Menschen, die sich dafür interessieren, die sich das mal anschauen wollen, die können sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Weil wir halten es für sehr wichtig, dass eben gerade auch für diese Bevölkerungsgruppe, die ja durch den demografischen Wandel auch immer breiter wird und sich immer mehr Menschen dort reinkommen jetzt in dieses Alter, die sich also ganz speziell mit diesen Fragen beschäftigen, was interessiert oder wo brauchen die Menschen, die etwas höheren Alters sind, besonders Unterstützung. Wobei ich denke, dass der Bedarf nicht nur darin besteht, dass neue Gesetze geschaffen werden beispielsweise oder neue, ja wie nennt man das, neue Etats. Das vielleicht auch, aber was ich so mitbekomme aus meiner journalistischen Arbeit und auch aus der Arbeit mit den Portalen hier, ich habe ja sehr viel Kontakt mit den Menschen, ist, dass Hilfe gebraucht wird, um die bestehenden gesetzlichen Ansprüche, die diese Menschen haben, sowohl Kranke als auch Pflegebedürftige als auch Rentner, dass die umgesetzt und auch in Anspruch genommen werden. Ich höre immer wieder, dass gerade ältere Menschen sich nicht an die Behörden wenden möchten, weil sie ein Schamgefühl haben, weil ihnen das peinlich ist. Es sind ja nun auch Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die eine ganz kleine Rente haben und sich scheuen, diesen gesetzlichen Zuschuss zu beantragen. Was man aus den Pflegeheimen hört, ist sowieso der reinste Horror. Und was hier alles so an mich herangetragen wird, nicht hier direkt aus Neuwirmsdorf, aber ansonsten, wenn wir das alles zusammenfassen, dann reizt es mich, ein Buch zu schreiben, was da heißt, Armwaden in Deutschland, ein Albtraum. Um dieses Buch nicht schreiben zu müssen, möchte ich lieber mit allen Politikern sprechen und du bist der Erste, mit dem ich das tue. Was können wir tun, um den Menschen zu helfen? Wie gesagt, wir haben viele bestehende Gesetze, vielleicht müssen die verbessert werden, und das kann ich alles gar nicht einschätzen. Aber was in jedem Fall gewährleistet sein muss, dass diese Menschen, die diese Ansprüche haben, aus Pflege, aus Rente, was gibt es noch aus Sozialhilfe, dass die diese Ansprüche auch bekommen und dass das vielleicht eine Brängeschuld wird. Oder ich weiß es nicht, habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht von den Grünen? Also es ist sicher sehr schwierig, oder dieser Bereich ist natürlich sehr komplex insgesamt. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass man erstmal die Menschen natürlich aufklärt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, das aber auch in einer verständlichen Sprache tut, also dass die auch dann für die Leute gut zu verstehen ist, dass man ihnen Tipps gibt, Ratgeber gibt, dass man Ansprechpartner ist, dass man Ansprechpartner zur Verfügung stellt und vor allen Dingen immer wieder darauf hinweist, wie du schon sagtest, dass es ein gutes Recht ist, diese Dinge natürlich auch in Anspruch zu nehmen, egal ob das jetzt eine Aufstockung ist oder ob das andere Unterstützungsmöglichkeiten sind. Aber ich glaube, insgesamt ist es einfach auch wahnsinnig wichtig, dass man bei allen Entwicklungen, die man hat, immer auch berücksichtigt, dass gerade ältere Menschen, das geht mir selber teilweise ja auch schon so, auch zum Beispiel mit neuen Techniken und so weiter, sich natürlich etwas schwerer tun als andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Steuererklärungen sehe, ich sehe es bei meiner eigenen 85-jährigen Mutter, da mache ich eigentlich seit Jahren die Steuererklärung, weil da brauche ich nicht irgendwie mit Elstar zu kommen und solchen Dingen. Und dass wir diese Dinge einfach auch von der Politik her vereinfachen müssen. Ja, unbedingt. Und da gilt es natürlich auch, entsprechende Mehrheiten möglichst zu generieren, um Steuersysteme, um diese ganzen bürokratischen Dinge zu vereinfachen. Und andererseits müssen wir natürlich auch versuchen, über den Staatsapparat entsprechende Beratungsmöglichkeiten anzubieten und natürlich auch die Menschen, die dort arbeiten, entsprechend zu schulen, dass sie sich auch auf die älteren Menschen besser vielleicht einstellen an der Stelle. Ja, dass es überhaupt Ansprechpartner gibt. Ich meine, für Rente gibt es das ja, aber ich stoße immer wieder auf Unverständnis bei Menschen oder nicht von Menschen, die gar nicht wissen, was ihnen eigentlich zusteht. Ja, und gerade Rente ist natürlich auch ein spannendes Thema, weil wenn man daran denkt, wenn man jedes Jahr als Arbeitnehmer da seine Unterlage bekommt von der Bundesversicherungsanstalt, die Zahlen, die da drinstehen, das sind ja meistens nicht die Zahlen, die man dann wirklich mal im Rentenfalle netto hat, also alleine wie das zum Beispiel aufgemacht ist, finde ich, ist es auch schon fragwürdig, weil die Leute gehen manchmal von höheren Beträgen aus, weil sie vergessen, dass dort eben natürlich dann noch entsprechende Versicherungsbeiträge für Krankenversicherung und so weiter wieder abgezogen werden müssen von der Rente. Und all solche Dinge im Grunde genommen, dass die Menschen es verstehen können, das ist wichtig. Da besteht wirklich ein großer Erklärungsbedarf in all diesen Bereichen. Und wenn du sagst, du arbeitest daran, dass es möglicherweise hier die grünen Alten gibt, hast du da schon einen bestimmten Zeitpunkt im Kopf? Nein, also im Kopf habe ich schon gewisse Ideen, aber ich möchte damit eigentlich noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil natürlich dazu fielen mir selber teilweise auch noch gewisse Informationen an der Stelle. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, inwieweit man auch noch Mitstreiter natürlich generieren kann für diese Idee, für diese Dinge. Es hängt immer an den Menschen. Ja, und das muss ja nicht unbedingt bei den Grünen hängen. Man kann das ja auch mit allen Parteien zusammen beispielsweise machen. Ja, das wäre schön, das wäre auch wünschenswert. Leider zeigt die Erfahrung, dass das oft sehr schwierig ist. Schwierig heißt nicht, dass es nicht machbar ist. Wir haben gesehen, als die Geschichte in Hannover war, vor der Landtagswahl, dass da ja plötzlich sich eine neue Regierung bilden musste. Danach haben wir uns ja hier getroffen in Neuwirmsdorf mit vier Parteien. Es war vier Tage später und es saßen von vier Parteien acht Politiker am Tisch zusammen mit uns vom Netzwerk. Und wir haben in aller Ruhe und friedlich diskutiert und haben das live auf Facebook übertragen. Es geht also. Ein bisschen guter Wille von allen Seiten. Und ich denke, den Menschen wäre auch damit geholfen, wenn alle Parteien sich da einklinken und sich damit beschäftigen würden. Wir werden einfach weiter mal rumfragen. Also ich glaube schon, dass die Parteien natürlich die älteren Menschen immer stärker im Fokus haben werden. Schon alleine deshalb, weil die natürlich quantitativ eine wichtige Wählergruppe darstellen. Insofern ist es aber schade, dass es eigentlich eher so weit kommen muss, dass die Leute das dann entsprechend entdecken, diese Türen. Ja, und das ist jetzt bei den letzten Wahlen ja nicht sonderlich zum Tragen gekommen. Ich fand nicht, dass die ältere Generation da im Fokus stand. Keineswegs. Es ist sicher bisher noch nicht so zum Tragen gekommen. Es ist vielleicht aber auch ein bisschen so, dass auch die ältere Generation, die neigt ja teilweise zumindest sehr dazu, immer das Gleiche zu wählen. Dass man sich natürlich auch bei den älteren Menschen vielleicht mal Gedanken machen sollte, ob das wirklich immer so die richtige Entscheidung ist, die man da trifft, wenn man zur Wahlurne geht. Und dass die auch, ich kann also nur wirklich die Menschen auffordern, auch die Politiker zu fordern bei diesen Themen entsprechend. und sich selber auch einzubringen und entsprechend Politiker einzuladen, auch zu Diskussionsrunden, um festzustellen, was wirklich die einzelnen Parteien und die einzelnen Politiker für sie tun. Das ist wieder ein Thema zur Wahl. Wir werden uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass wir gucken, dass wir unseren Senioren vor Ort weiterhelfen. Und das ist ja unter anderem auch der Anspruch des Netzwerks Norddeutschland weiterhin, weil wir der Meinung sind, dass die Senioren in unserer Gesellschaft, denen es nicht so gut geht, die können sich überhaupt gar nicht mehr helfen. Ein junger Mensch, dem es nicht so gut geht, der hat immer noch eine Chance. Aber ein kranker und alter Mensch, der vielleicht im Pflegeheim lebt, das ist ja auch meine Argumentation hinsichtlich unserer Spendenaktionen, der hat einfach keine Chance mehr und darum ist das so wichtig. Und als zweiten Schritt gucken wir, was aus den grünen Alten hier in Niedersachsen wird. Ich denke, du wirst uns informieren und so wie wir irgendwelche Informationen weitergeben können, herzlich gerne, dann wollen wir gucken. Ich bin sicher, auch hier in der Region sind viele interessierte Menschen, die diese Altersgruppe schon erreicht haben, die schon 60 plus sind und sich vielleicht sowohl freuen, in den Grünen eine Unterstützung für ihre Belange zu finden, aber auch sich möglicherweise bei euch engagieren zu können, um mithelfen zu können, dass diese Not ein bisschen gelindert wird. Gerne. Uwe Blank, ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Sylvia Karasch, Netzwerk Norddeutschland, mit Björn Kimke an der Kamera.